Ja, ja, jetzt bin ich wieder da, ich träumte ja von Ergo, ja, und er hat mich erzählt sogar. Er erzählte mir vom nächsten Leben, ja, dass ich Himmel komme, ja. Ich alleine in den Himmel, ja, kann ich ständig auf in der Hölle, ja. Haar und Ecken darf und starten wird, alles sind fast in der Hölle, ja. Ja, ich alleine, ja, komm im Himmel gar, ich bin der beste Mann, ach ja, darum fahr ich in den Himmel gar. Städtel darf und Ecken darf starten werden und so weiter, ja, lebten von meinem Geld, doch ja, so viel Geld, 56 Millionen, ja. Und sie haben gut gelebt, doch ja, darum schworen sie jetzt in Zukunft, ja, immer in der Hölle, ja. Ja, ja, der Krampus ist schon da, und der Hölle im Fuß sagt, ja, jetzt kommen die ganzen Städtler wegen der Stadenwirt, alle zu mir, auch ja, da werden sie alle gequält, doch ja. Ja, 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 ich alleine, ja, fahre in den Himmel gar. Und der Herrgott sagte, ja, ich bin der beste Mann, auch gar.